Was ist das jetzt hier? Ist das ein Schatz? Eine Brücke, fliegende Kerzen. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören, aber ich sollte sie mitnehmen. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke, sowie Kerzen abgebildet. Ich habe sie vorsichtig einmal in meiner Tasche gesteckt. Äh, finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Ist das nicht da? So in der Nähe vom verbotenen Wald, so? War da nicht auch eine Brücke? Hocksmid ist aber auch in der Nähe. Komisch. Ich gehe mal hier hin. Also ich, 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 äh, warte mal kurz. Also Brücken gibt es ja sehr viel. Was ist das hier? Liebesbrief. Meine liebste Apollonia, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Oh, nein, Richard. Das ist doch hier, ne? Also das sieht für mich perfekt aus. Der Platz ist perfekt. Gucken wir ihn auch mal kurz an. Wald, Hocksmid, irgendwas Löchriges. Eine Brücke, die genauso aussieht. Eine Brücke, die genauso aussieht? Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall richtig. So, jetzt warten wir mal ab, bis es dunkel ist. Ne. Ach, hier, hier ist das Ding. Hier ist das Ding. Ah, hier, hier ist das Tralala. Also wir sind auf jeden Fall richtig. Alle vier Dinger sind richtig. Jetzt müssen wir ja irgendwie, ähm, das dunkel werden lassen. Kann man hier warten? Warte hier, um die Zeit von Tag bis zur Nacht oder von Nacht bis Tag schneller vergehen zu lassen. Ja? Warten? Einmal warten, bitte. Einmal dunkel haben und jetzt Lumos. Mach doch erstmal Nacht, Ivo. Ja, hab ich gerade gemacht. Ich muss ja erstmal, ich hatte ja erstmal vor, die Gegend zu entdecken. Im Hellen entdeckt es sich vielleicht leichter. Und jetzt Lumos. Lumos. Geh jetzt hier rüber. Wie ist die Karte bestimmt? Irgendwo sind Kerzen. Hoffentlich. Verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? Ich komme hinterher. Hoffentlich ist das keine Falle. Hm. Nur noch zwei Kerzen? Ne, drei sind es noch. Die Kerzen scheinen den verbotenen Wald zu führen. Ja, super. Was jetzt? Weiter geht's. Wir wollen keinen Kampf. Ich dachte, ich finde jetzt einen geilen Schatz, aber ich habe langsam das Gefühl, dass es mich hier zu einer fetten Spinne führt. Der Schatz muss in der Nähe sein. Guck mal hier. Kenneleid-Dinner. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Ich habe ein Händchen für Schätze. Oh, das war schon. Das war der Schatz. Ein Hauch von Liebe. Ja, Kenneleid-Dinner im verbotenen Wald. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd ist.